Halliallüchi zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Tales of Cysteria. Im letzten Part sind wir gerade in dieses alte Museum reingegangen, mitten in Marland und ja, aber sie haben uns ein bisschen umgeschaut und wir finden schon wieder Gold. Cool. Ja und wir haben hier eine Menge Viecher. Wow, unser Jump Scare. Stop that! Ich sehe die zwei Viecher dann ein bisschen schwieriger. Zum Pläten. Boom. Zumindest die Kämpfe bereiten uns nicht allzu sehr Kopfschmerzen. Schon wieder eine Zerhaune Statue. Eating people? W-What is this about? Alter. Das ist mal gruseliger Scheiß. Wow. Oh. Oh. Das ist mega. Das heißt wir müssen die Ashley machen die erkennen die Zack. So this is the power of purification. My powers aren't much, but I try. You see what I'm talking about? Eeeh... Altegemeyer... Ich hab ja nichts gegen historische Häuser, aber... Ich weiß nicht, wo es eindeutig spukt... Nee, das war ich nicht. Ich glaube nicht, wir haben noch den Monolith ausprobiert. Ist das ein Monolith? Es könnte etwas näher sein. Softeis! Wie hat sich das über die Jahre gehalten? Die Vorstellung, danke. So, dann stellen wir uns mal den Dingern, was auch immer gerade hier rumlumert. Geister. Ich hasse Geister. Ja, ich bin für Speichern. Bin ich gut. Speichern ist cool. Ein Gemälde von einem kleinen Mädchen. Ich mag nicht, wohin das führt. Von einem unschuldig wirkenden Mädchen. Von einem süßen, unschuldigen, jungen Mädchen. Das ist ja die schlimmste Art von Geistern. Du bist kein kleines, unschuldiges, junes Mädchen. Woher bist du? Ich denke, dieses Helion muss die Gericht sein. Ich bin zufriedens für dir, es ist nicht ein Gälder, Nickelodeon. Ich hab dir gesagt, es wird nicht so wie das. Seid es für später. Du verratest dich? Du verratest dich? Du verratest dich. Du verratest dich! Über die FluchtDBast! Auf den Flucht! Wir sind die Flucht! Tief! 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 Das haben wir überhaupt keinen Scham mehr. So, der soll mal Leila mal Alisha machen. Ba da 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 da, g'mon g'mon! Wow! Okay, und jetzt? Was? Ja, oder was bist du? Was für eine Bühne ich war. Ich sollte das wissen, dass du hier wärst, Attacke. Oh mein Gott, es ist die schöne Frau Lila. Wie warst du? Wahrscheinlich nicht. Sie ist, um dich zu lieben. Das ist ein wunderschön Name. Na, bist du wunderschön? Wisst ihr, dass Attacke ein Norman Name der höchsten Pedigree ist? Okay. Es ist unfanzig. Es sieht ein bisschen wie die Sache, die zu Edna umbrennete. Mal sehen, wir sprechen über Edna für später. Das ist eine sehr lange Geschichte. Ist es? Ahaha. So eine kleine Frage sogar. Hey, Oila. Was ist ein Norman? Sie sind eine spezielle Art von Seraphim. Sie sind nicht so stark wie ein Lord von der Lande, aber sie können trotzdem eine Hilfe zu anderen Seraphim sein. Oh, da war doch voll cool, die Kleine, ey. Kleine Stecher, ey. Ja. Sie haben die Möglichkeit, die Kraft zu einem anderen Seraphim sein. Sie sind ein bisschen wie eine Maid. Das ist meine Lila. Sie kennen mich wie die Lili-Wight-Hand. Wie eine Maid? Ich bin Angst. Ich bin Angst. Ich bin nicht so sicher, dass ich das verstehe. Ja. Die Lila-Wight-Wight-Wight-Wight-Wight-Wight-Wight-Wight-Wight-Wight-Wight. Ha, 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 ha. Silly-Dillys like you could never understand, what Lila and I mean to each other. Okay. I'm not sure I want to understand. Well, anyways, y'all are Lylas friends and all. Maybe I can treat you to some grub. Okay. Uh, ganz schön viel passiert. Was mir aber immer noch ein bisschen unbehagen bereitet, ist dieses Bild von einem Mädchen. Ganz ehrlich. So was kann ich nicht ab. Warum machst du das für mich, Game? Okay, weiter geht's. Reden wir mal mit einem kleinen Attack. Nikolaus, Sunlight Girl. Jean-Luc's Bloomer. Huh? Das ist ein Massaker! Wer hätte so gemacht haben? Ja, also... Das ist ein Ich. Das ist ein Hallian. Ich war's. Ich bin aus meinem Gesicht, ich verletziang meine liebenen Trezoren abans, und ... jetzt sind sie für immer noch ein? Oh je. Alles wird gut, kleiner. Attack, was an earth happened that made you turn into a hellion? I'm sure it's hard for you, but can you tell us about it? Well, I've always had a real big thing for art, you know? Moved in here a good long while back. Got to whittle my days away, just people watching and gazing at Fineheart. I wasn't worshipped or nothing, but I wasn't lonely neither. Sounds like a good life. I was happy. Real happy. Aber was ist passiert? Ah, we're going to go down. Oh, wow. Es ist wahr. Und das ist nicht die Hälfte! Das ist dann, wenn sie die Art auf dem Black Market begannen. Oh, also wo es alles ging? Sie waren... lachen und schluchten ihre Geld und ihre grubben kleine Hände! Hooray für die Kriege! Hooray für die Profit! Ich bin so schluchte, so schluchte! Ich fühlte meine Angst, aber ich war über die Worte! Und dann... Das ist dann, wenn ich ein Hellion bin! Es ist nicht deine Schuld, Attack. Danke, Junge! Ich mag es und alles, aber ich würde gerne sein, um ein bisschen zu sein. Oh... Na gut! Na gut! Na ja! Gehen wir! Normalerweise müsste ja jetzt die Wurzeln beseitigt sein! Wurzeln allen übels! Wurzeln! 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 Darüber habe ich gar nicht nachgedacht! Ich bin... Sarei, Alisha, The people und der purple平ang cling zu those with power that surpasses theirs far more tightly than you may imagine. Do not undervalue your ideals nor the things that are in your power to accomplish. A Sheppard's emotions towards the people he rescues are also his greatest enemy in a way. Okay, entstanden. Hat sie nicht nur gesagt, dass sie dich nicht so stark und ernsthaft sind? Oh, ich glaube, du bist richtig. Aber ich glaube, ich muss nicht über dich worrychen. Wir werden beginnen, damit du nicht musst. Nur tun, was in unserer Macht ist, richtig? So, und jetzt? Okay, hören wir uns noch ein bisschen in der Stadt um. Mal gucken, woran es sonst noch liegen kann. Es scheint ja nicht alles gewesen zu sein, sonst wäre eigentlich die Großheit schon komplett verschwunden. Zumindest zum guten Teil, aber es gibt immer noch genug von diesen Viechern hier. Schauen wir uns mal ganz kurz da um. Zumindest ist jetzt inzwischen der nächste Tag angebrochen hier. Nichts Neues, wie es aussieht, aber zumindest keine neuen Toten. Ah, wir können diese Dinger läutern. Nur zu wissen. Dann machen wir das mal. Wusste ich bisher nicht. Kleine, aber feine Schritte. Ich habe nicht verstanden, dass wir keine anderen Fähigkeiten haben. Aber da ist noch ein weiterer, genau. Das wird jetzt nicht mehr. So, schauen wir uns noch ein bisschen um. Irgendwo müssen ja noch ein paar von diesen Schädeln sein. Am Eingang der Stadt, soweit ich weiß, war auch einer. Es ist sicher ein paar Gold, die da draußen liegen. So, es ist sicher ein paar Teams. Also, das ist schon ein paar Minuten. Ich habe ein paar Minuten im Zimmer hier gefragt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mal. Ich weiß ja noch ein paar Minuten. Ich weiß ja auch schon mal. Ich weiß nicht. Weil ich denke, wirтории sind nicht immer. Ich weiß ja auch nicht. Wir sind ganz gut da. Und hier sind immer noch nicht. Aber ich weiß nicht. sehr stark an das Prinzip von Ni no Kuni, dass man Leuten ihre verlorenen Emotionen zurückgibt, teilweise auch wirklich sehr lange mit denen sich unterhalten muss. Mytryl, ja. Da kennen wir ja eigentlich aus mehreren, mehreren RPGs, das Material. Da ist nochmal so ein Viech. Guess that's all the hellhounds in town. The epidemic here should settle at least a little bit now. Yeah, but only momentarily. It was not done in vain. The malevolence has subsided considerably. Feels like the malevolence has been lifted somewhat. Don't you think? Indeed it has. But we still need to find a way to bring the Drake down. Sirene, can you head to the base of the great tree? Huh? Oh yeah, sure. Okay. Diesen riesigen Baum, meint sie? Okay. Was hat Edna vor? Und vor allen Dingen, was verschweigt sie uns? Was planst du zu tun, Edna? Warte hier. Für wen? Für mich, schuldig. In der Gröning. Hm. Und wir warten, und wir warten und wir warten immer noch. Ich frage mich, wo die Edna weggebracht hat. Wer weiß, was in ihrer Hände passiert. Ich bin zurück. Was ist mit dir falsch? Ich bin hier, um zu helfen. Ich habe sie gesagt, dass die Leute einiges anwendet werden können. Wir können einfach. Wenn ich die Macht mit meinen Arrows kombiniere, können wir den Draken runterbringen. Edna hat mir gesagt, dass die Leute sehr schwer versuchen, um zu fixieren. Wenn diese Stadt glum-bum zurückkommt, die Leute endlich mal erinnern können, die Leute in einer Gesellschaft civilisierten. Danke, Edna. Oh, sie ist aber eine sweet-talkerin. Und hier kommt es. Drat, es ist so dark, ich kann es kaum sehen. Das ist eine gute Sache. Du kannst dich kämpfen, ohne die Menschen zu fangen. Hey, gute Gedanken. Also, wie genau wir sollten wir genau über das Ding runterbringen? Das, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, man, das ist hier. Alles, was wir brauchen, ist ein Licht. Die Wolken sind weg. Wir schauen uns ein Ort, wo wir unsere Schmerzen mit der Hilfe der Lichter. Wir schauen uns ein, was wir brauchen. Wir schauen uns ein bisschen was. Ja, auf den Tag. Warum nicht? Oh, sch**t. Den macht sich nützlich. Wow, Dude! Ja, richtig! Das ist ein wenig Kraft, das du da hast. Ich kann nur den 1-Shot hören. Alter, die Waffe hat sich mal verwandelt. Ja, aber mega! Hm. 1-Shot ist genug. Sarray, ich mach das. Genau. Und ich wähle, wann zu Feuer. Jetzt! Kana du Bulk! Nice! Ouch. Woah, Dude! Auch. Even a mere Drake is this big and this strong? You can't be so scared. You should know the difference in size and scale a Dragon House by now. We are here to do whatever must be done. That's right. As we are now, we can do it. Whatever. Try not to die out there. Mhm. Stand the land. Ching! preventionation! Siem mit zwei so Vollmerظ! zero! Acht zusammen! Verdammt. Du bist als besserer Zeit mit dem Finale Schuss. Das war's für heute. Baaam, ich kann es schon sehen. Oh, oh, oh. Come here. Booyah! Young Dragon. War das ein kleines Lächeln? Natürlich war es das. Ah! Sieht doch schon mal besser aus. Freut mich, wenn sie einigermaßen Hoffnung schöpft. Auch wenn sie es nicht zeigt. Aber auch gut. Huch, wer ist denn das? The Flames of Purification. Might you be the shepherd? Yup! Go on and don't leave! Guardian Seraph Rohan. Hm. Ich bin ein Dragen. Ich habe kein Recht, weiter zu schützen. Das sage nicht. Das sage ich dir. Das sage ich dir. Das sage ich. Das sage ich dir. Aber ich versuche dir. Ich werde das richtig machen. Wenn du jemanden musst, lass es mir sein. Also bitte. Wenn es noch möglich ist, lass uns deine Worte zu haben. Ich bin nur das einmal. Du bist eine impassionierte junge Prinzessin. Ich gebe dir das. Du kannst mich sehen? Hm. Es ist magisch. Ich habe mich als Soray-Squire gebeten. Ich habe mich als Soray-Squire gebeten. Und du bist okay? Hm? Ah. Was meint jemand damit? Ich sehe. Ich glaube, der alte hat eine Ahnung, um was es geht, wenn Soray ab und zu mal diese Aussätze hat. Der andere, der es ausgespelt hat? Wir haben es alle gemacht. Hm. Dann sei es. Ich werde meine Ehre geben. Ich will dir auch helfen. Danke dir. Es scheint, die Korruption zu diesem Baum noch zu verbreiten. Um das zu benutzen, werde ich das glückliche Domain öffnen. Du hast es geschafft! Norman Power! Was ist das? Was ist das? Es ist noch ein mega-möglicher Hellion, und wir gehen rundherum hier! Also, Attack Robin ist der wichtigste. Und auch nicht der Jungdraffer? Es ist noch ein mega-möglicher Hellion. Ein mega-möglicher Hellion? Woher? In den Südwesten. Es ist nicht weit. Soray, wir müssen ihn verraten. Aber wenn wir in diesem Land verlassen, wenn wir in diesem Land verlassen, mit Ihren guardern alle睡en, und mit Hellion alle睡en, und mit Ihren guardern alle睡en, und mit Ihren guardern. Und mit Ihren guardern. Und mit Ihren guardern. Soray! Deteriorate? Hm. Zumindest nicht ganz, aber ja. Besser als nichts hätte ich mal behauptet. Hm. Hm. Ja, echt großartig. Ja, echt großartig. Was? Wahrscheinlich das nicht notwendig. Du sadistische Harpie. Ich glaube, ich bin ein Harpie. Ja, es ist alles gut. Als Normann, wir rollen mit dem Leben. Wir alle trädieren es als eine sehr süßes Erinnerung, von wenn wir uns keine Lust haben. Diese Nostalgie-Trippe mich beeinflusst hat. Aber es ist wahr, dass Normann hat viele Möglichkeiten. Wenn wir noch mehr finden, wir ihn holen. Es wäre schade, wenn sie in Hellion waren. Ich würde einen Kuss aus der See und meine alten Freunde wiederholen. Ich versuche, wir helfen euch Leute. Nice. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Hm. Okay. Glaub, da kommt noch einiges auf uns zu. Sorry, scheint es gar nicht so gut zu gehen, wie wir gedacht haben. Und ja, ihr habt es euch schon halber gedacht. Wir machen jetzt an der Stelle einen Cut. Ist auch ein bisschen länger geworden, die Folge. Und hätte man gesagt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wir gehen jetzt erst mal im nächsten Part zum Gasthaus. und nehmen uns dann dem wirklich mächtigen Hellion an, der hier irgendwo im Südwesten anscheinend herumwandern soll. Und ja, sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020